Herzlich Willkommen zu einer weiteren und eventuell letzten Folge bei Rush. Wir spielen 8-0-8. Bam. Na, Caleb wird sich noch wundern, was 8-0-8 kann. Nix reicht. Wenn ihr auf den Fersen, ihr, falls ihr mich unterstützen wollt, dann bewertet doch einfach das Video. Checkt die Videobeschreibung aus und vor allem aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr kein neues Projekt mehr oder neue Videos. Würde mich mega, mega freuen drüber. Und jetzt quatschen wir so keilsam. Oh ja, dann regeln wir das draußen, auf der Straße. Deine Streetfighter. Let's do this. Der kann nicht die trotz, ach, die kann nicht trotz, oh okay. Oh, wusste ich ja nicht. Mensch. Ah, das war falsch. Los. Moment. Moment. Oh, alt. Rauf. Ja. Ja. Okay, ich stehe dabei sein! In der Fall! Okay, gut sein! Peppermint! Ich muss, glaube ich, mehr... ...aufwähren! Shit! Shit, 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 shit! Natürlich fortfahren! Ich will... ...wann das nicht überspringen? Nee, kann man nicht! Okay, dann gucken wir's halt doch mal! Ah, doch! Nix, was für ne Nervensäge! Komm her jetzt! Ah, shit! Boah! Boah! Gib ich auch bald nur noch nen Defekt, Junge! Oh! Ich zeig jetzt zu kommen! Ich zeig jetzt zu kommen! Jetzt ist das! Du schaffst das, mech! Du schaffst das, mech! Du schaffst das, mech! Ich zeig! Ich zeig! Du schaffst das, mech! Du schaffst das, mech! Du schaffst das, mech! Weg! 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 und man können ich hab schon auf kyle weg 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 Er hat immer viel. Yes. Aber das... Okay. Ähm... Oh shit. Ich wusste... Ach, Schilde? Okay. Okay. Ah! Äh... Oh, das ist nur zu... Einfach! Ach! Wo geht's? Alles bereit? Nein, daneben. Zeig's ihn! Spektraise erledigt, Kayle! Geht lieber einen Schritt zurück! Bleib zurück, Ty! Lass mich das machen! Oh! Zeig's ihn! Ja! Shit! Oh, bitte! Aber ab der zweiten Phase! Ja! Ja, das wissen wir jetzt mittlerweile! Ja! Wenn wir und... Achso, okay! Okay! Macht denn halt eigentlich keinen Schaden, ne? Äh... Geht's! Bring's zu Ende! Zeig Kayle, wo der Hammer hängt! Ah, jetzt? Okay! Viel Funktion! Ja! Überlass die Schilde mir! Ja! Ja! Versuch's mal hier mit! Er ist schon! Ah, ah! Wormeint! Yes! Ja, dann kommt bestimmt jetzt gleich Makro wieder! Mann! Feuer! Schlecht raus! Shit! Ah, das war zu spät! Okay! Er wird mich auch stark wundern, wenn der easy will! Es wird mich wundern! Puh! Warte nur ab, kleiner als sowas! Das werden wir ja sehen! Ja! Und let's go! Oh! Die Frage ist... Oh! Ich hab doch... Ich hab doch mal mit dem oberen Anomaren! Ich hab doch mal mit dem oberen Anomaren! Ich hab gewonnen! Ah, Corsica! Jetzt liegt es an dir! Ja! Äh, ja! Ich hab doch mal mit dem oberen Anomaren! Oh! 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 Ok! R flavor ist weg! das heißt jetzt noch peppermind und makro nur noch makro mag attack yes es ist vorbei Kayle an meiner Seite wärst du echt jemand gewesen Chai match the form eieieiei oh Gott okay oh shit ey okay letzte Format sind sich teuer endet hier Peppermint es ist gut sein jetzt ist aber Schluss siehst du wozu ich fälsch bin wo 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 Du hast diese Firma Kanoog ruiniert Shit Voll daneben Hey Nein Alter Mann Und jetzt heißt es Game over Jetzt reicht's aber Her mit dem Passwort Niemals Ihr seid ein mieser Haufen Loser Ja vielleicht Aber zusammen sind wir unschlagbar Oh run Ich glaube ich brauche Ferien Teil ist besiegt Auch nicht ganz so geil die letzten Aber besiegt ist besiegt Sieht so aus Whoa Ist das schon mal so laut Es ist vorbei Das ist jetzt nur noch ein Haufen Schrott Ich hab mir Sorgen gemacht aber Ich wusste du schaffst das Seht mal her Aufgrund des Schadens vermute ich Mr. Chai war involviert Wir kriegen dich schnell wieder hin Kumpel Das war's Du hast es geschafft Chai Geschafft Entschuldigung für all eure Strapazen Wir kamen damit schon klar Miss Vandeley Ich lass mich nie wieder hinters Licht führen Und ich würde es gern wieder gut machen Es wäre eine Ehre hier zu arbeiten Beim echten Vandeley Das ich schätze Und wir empfangen dich wirklich herzlichst Ah Macaron Schön dich nach all den Jahren wieder an meiner Seite zu sehen Ich hätte früher handeln müssen Irgendetwas ahnen Roxanne Du hast was getan Und nur das zählt Und unser Team braucht dich als Chef der Entwicklung Ich hab jetzt nen Partner Auch wenn es anders wird War das Abenteuer bis hierher doch sehr spaßig Diesmal laufe ich nicht davon Mom Ich verstehe was du immer für mich wolltest Und für die Firma Peppermint Mach du die Dinge auf deine Art Bleib bloß immer du selbst Ich glaube wir haben sehr viel nachzuholen Das haben wir wohl Ah Chai Ich helfe ja gern Aber ich passe wohl Nicht unbedingt auf das Stellenprofil Vielleicht gehe ich einfach lieber Chai Ich glaube du weißt Wie besonders du bist Du machst das meiste aus dem Was man dir gibt Und ja du bewegst etwas Ich glaube genau diese Einstellung Brauchen wir gerade Und Projekt Armstrong braucht einen Botschafter Einen Frontman Einen Rockstar Was denkst du Jawohl Auf jeden Fall Mega mega cooles Spiel gewesen Ich feier es Ich feier es immer noch Hat Bock gemacht Gerade mit diesem Rhythmus und sowas Ist immer noch Nicht allzu schwierig gewesen Aber Trotzdem auch ein bisschen herausfordernd Ich finde es cool Ich finde es echt cool Ich würde mir hoffen Dass da vielleicht Irgendwann mal ein zweiter Teil rauskommt Ähm Ja Leute Das war es mit dem Projekt Leider Aber Okay Da sind noch ein paar Einblicke Peppermind Okay Aber Leute Das soll es gewesen sein Checkt gern die Videobeschreibung aus Da ist Twitch und Instagram verlinkt Da bin ich des öfteren Live mit anderen Games Wo ich jetzt so nicht Let's play Äh Schaut dort Gerne vorbei Aktiviert die Glocke Und dann verpasst ihr Die nächsten Projekte nicht Danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und ciao